da ist er dahinter, ich seh es mehr. Ja, das drohe ich mir nicht. Nee, ich glaube nicht. Oh, da ist grad ein Panzer gekommen. Oh, wir überraschen die mal von hinten. Da will ich jetzt schnell noch rein. Oh nein, ich setze dich am anderen rein. Gebt das von mir. Blöder Wichser, die. Oh. Hier, die kocht da. Oh, nee. Es war so klar, hier ist wie irgendein schwuler RPG-Fuzzi. Jetzt hab ich da keine Mine legen, weil der Panzer im Weg ist. Wo lege ich denn jetzt die dritte hin? Ach, scheiß drauf. Müssen jetzt zwei da reichen und muss ich drauf warten, dass die andere Schrotthaufen da machen. Sorry, Micha. Ich vergesse nochmal stehen zu bleiben. Ich bin so ungewohnt, dass mich jemand heile macht. Ist ja irgendwie immer nur Micha. Macht ja kein anderer den Scheißspiel. Auch, man, komm, Alter. Wo ist er? Ich wurde befördert fürs Nichts zu. Geil. So muss das sein, so muss das auch auf Arbeit sein. Nicht für nichts bezahlt werden. ja schön getroffen von der straße aus mich ja panzer kommt keine ahnung der fährt keine ahnung der ist drinnen wollte er mich gerade verarschen oder was kann er nicht hoch kommen wie jeder normale panzer auch wie ist denn er über meine minen gekommen ja rückwärts rüber der steht auf meinen minen und die gehen nicht hoch das verstehe ich nicht warum meine minen das ist so oft dass meine minen nicht hochgehen ich kann aber nicht mehr sagen woran warum kommen die dinger nicht nur packen wir mal hier noch eine hin na panzer überraschung schönes arschlauch unbedingt diese m2 mini geilerdings mit jeder kleinen scheiße was so viel so eine infanterie am stark naja ich hab grad eh gekillt bhs-boss kein plan bhs-boss ich bin nicht offiziell zum boss gewohnt was schießt hier wo schießt hier wie schießt hier ich bin nicht auf den kopf du assi da kommt ein fahrzeug oh fahrzeug naja das fährt vorbei ich muss hier abfangen nein 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 das treffen wir noch oh jetzt hat der andere panzer ey mann ich will immer noch wissen warum meine minen nicht hochgegangen sind das verstehe ich nicht das ist aber immer mit diesen komischen teller minen da es ist immer so dass die hin und wieder nicht hoch gehen ich hab das gefühl die müssen mit der kette rüber fahren sonst gehen die nicht hoch oh ganz ehrlich das spiel ist in einem slug dingern wo es scheißegal ist ob du wieder rüber fährst irgendwie krachen die immer los also das ist ja mal grad mega 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 boring hier ja und der panzer von uns macht bassrape können die schon wieder kicken von zur weise micha ist hat fressen wir jetzt unser zugehöriger der ich doch grad noch drüben gekillt ja ich habe die bezüglich micha da ist er noch mal die drinnen in der wutzung sind ja hat er völlig money nehmen er hat es kurz aufstehen gibt mehr punkte im schwein Ja, Ammo Ribbon. So muss das sein. So gefällt mir das. Oh, ey, kommt Leute, man. Oh, diese Base Rate bei ihm. Kannst du übertragen. Ist doch ein bisschen lame hier, ne? Uh, warum hab ich denn noch keine Wetten in Wien? Müssen die erst hochgehen? Ich drück doch, ich drück doch her. Wir haben die Kontrolle über Einsatz Ziel Echo verloren. Errrrr. Ich halte es auf. Leider passiert, feindlicher Helikopter. Gott, ey. Oh, die haben E, Alter. Schnell hin da. Micha, aufspringen. Warum hat der Panzer eigentlich keine Hupe? Der hört doch geil, ne? Ja, am besten so eine schöne Tröte. He, ja. Ja, Panzer, fahr über die Miemann. Fahr über die Miemann. Blöder, ein Wixer fährst doch vorbei. Einfach zum B, oder was? Einfach zum B, oder was? Ey, jetzt nehmen sie schon mal E ein, kriegen sie die Schüsse noch einen anderen Punkt einzunehmen. Oh, das ist nicht nur für ein Lappen. Kann ja nicht so schwer sein. Das Ding ist das irgendwie gar nicht so ein, ne? Da hinten fahren drei Panzer bei Aero. Scheiß, die Mann. Oh, B. Oh, B. Lass mich so entdecken jetzt. Was denn? Oh, ich hab die Panzer... Oh, ich hab die Panzer... Naja, der ist ja noch 3D gefahren. Der Lutscher. Oh, Helikopter, Helikopter, ich hab das gesehen. Ich renne ja einfach nur bei arm 3, es war nichts passiert. Ja, Fahrzeug getroffen, ist er zauber. Nein. Und das war nur diese luschige Karre, oder wie? Tja. Ist aber eh angekommen, schon alles vorbei. Ja, so Spaß hier. Das wär doch mal ein... Ich will so eine Battlefield mit 50 Panzern auf jeder Seite haben. Oh, yeah, bitches. Oh, oh, jetzt kommen ganz viele Fahrzeuge. Ganz viele Fahrzeuge. Juhu. Micha, vor uns ist Infanterie. Achso, okay. Was auch immer mit mir passiert ist. Panzer vor uns. Oh, oh. Ja, fahr über meine Mine, fahr drüber. Ist das ein Jupp, Alter. Micha, hast du hier kapiert bei der Scheiße wieder, ey. Der steht wieder auf meiner Mine und nichts passiert, Mann. Oh, Mann. Ist denn der Fußsoldatin, der hier noch war? Checkt eure Kaff. Material sind bald abgeworfen. Einsatzziel Bravo. Ist ja nicht so, als wüsste ich nicht, dass hier noch einer gewesen wäre. Einsatzziel Bravo wurde erobert. Micha, dein Helikopter ist weg kaputt. Ich glaube, Micha will, dass ich mit dem Flugzeug fliege. Ich lasse mich so lange rein, damit ich ihn wegfliege, Micha. Okay, ganz rein. Yeah. Oh, schade, schon fast vorbei. Warum kann man beim Minicopter überhaupt zwischen der Kamera wechseln als Beifahrer? Bringt doch ja nicht, man trifft ja da nichts. Wo kann man was wechseln? Ja, bei einem Beifahrer die Kamera, aber als Bordschütze. Boah, das bringt ja nichts. Optik? Keine Ahnung. Ja, das wird so schön aus. Wir sind abgestürzt, ich und Micha. Mann, das war ein richtig ödes Match, oder? Ja. Aber na ja, gehört dazu, ne. Tja. Willst du noch ein paar letzte Worte übermitteln? Irgendwas Schönes? Tja, was soll ich sagen? Tut mir leid, dass das Match zu langweilig war. Oder dass wir so gut waren. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal.